Ich glaube, Kunat hat Unglaubliches geleistet, hat sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ManCity jetzt sich in der Position befindet, in der sie sind, in der wir sind. Und dementsprechend überwiegt natürlich das Gefühl der Dankbarkeit auch. Und jetzt wurde die Entscheidung getroffen, dass er den Verein verlässt. Ist ein unglaublich toller Typ und vergessen natürlich sein legendäres Tor. Ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich es mir anschaue, dann auch mit Originalkommentar. Das ist schon unglaublich. Und natürlich wünsche ich ihm nur das Beste, aber wir haben ihn ja noch jetzt ein paar Wochen und in der wichtigsten Zeit der Saison. Deswegen hoffen wir natürlich, dass er jetzt auch dazu beitragen kann, dass wir die Saison auch möglichst mit maximalem Erfolg abschließen können. Und dann wünsche ich ihm natürlich alles Gute auch für seine Zukunft.